Hallo, Erfolgsfans! Willkommen auf dem Kanal. Wenn du unseren Verein liebst, gib uns ein Like und abonniere den Kanal. Heute haben wir ein heißes Thema. Der mögliche Abgang von Alphonso Davies. Bleib bis zum Ende dran, um keine wichtigen Infos zu verpassen. In den letzten Monaten haben die Spekulationen über Davies und Real Madrid die Fans aufgewühlt. Der spanische Klub hat den kanadischen Linksverteidiger für 2025 im Visier. Davies im Trikot von Madrid zu sehen, wäre ein Schock, aber angesichts seiner Qualität nicht überraschend. Die Vorstellung, ihn neben den Stars der La Liga zu sehen, begeistert viele. Doch nicht nur Real Madrid ist im Rennen. Auch Manchester United ist eingestiegen. United ist bereit, ein verlockendes Angebot zu machen, um Davies zu überzeugen, sich für Old Trafford zu entscheiden. Stell dir vor, ein Klub sagt, ich zahle, was immer nötig ist. Das könnte sehr verführerisch sein und Davies muss zwischen Ruhm und Geld wählen. In den letzten Spielen hat Davies beim FC Bayern geglänzt. Er hat sich in der Ballkontrolle und beim Passspiel verbessert, was die Fans begeistert hat. Dennoch bereitet der mögliche Abgang den Anhängern Sorgen. Mit Real Madrid und Manchester United im Rennen wird der Kampf um Davies intensiver. Jeder Klub hat seine Strategien, um ihn zu überzeugen. Und die Bayern-Fans warten gespannt auf den Ausgang dieser Geschichte. Und was denkst du? Gib uns ein Like, abonniere den Kanal und teile deine Meinung zu diesem möglichen Transfer. Bis zum nächsten Mal.